Herzlich willkommen. In dieser vierteiligen Lehrfilmreihe werden verschiedene Arten von Versagensmechanismen und Bruchformen vorgestellt. In diesem ersten Teil führen wir in das Thema ein. Im zweiten Teil erläutern wir den spröten und den duktilen Gewaltbruch. Der dritte und vierte Teil behandelt den Zeitbruch. In Teil 3 wird der Schwingbruch und in Teil 4 der Kriechbruch erläutert. Versagen bedeutet, dass ein Bauteil nicht mehr einsatzfähig ist. Sehr oft endet der Versagensvorgang in einem Bauteilbruch. Anhand der Bruchflächen können die Versagensursachen oft erfolgreich ermittelt werden. Als Beispiel für ein Versagen können wir diese Eisenbahn nehmen. Eisenbahnen sind große Infrastrukturen und in vielen Ländern das wichtigste Verkehrsmittel. Es werden ständig neue Technologien und bessere Sicherheitsstandards eingeführt, aber dennoch kommt es zu Unfällen. Mögliche Versagensursachen sind unzulässig große plastische Verformung einschließlich Knicken, Kippen und Beulen, Rissbildung und eventuell Bruch, Korrosion, Verschleiß oder gegebenenfalls Kombinationen davon. Brüche, die als Folge von Beanspruchungen eines Werkstätes auftreten, lassen sich je nach der Beanspruchungsart bzw. Bruchform in mehrere Kategorien aufteilen. Die Brucharten stehen miteinander im Zusammenhang. Dabei wird in zeitunabhängige Brüche wie den Gewaltbruch und zeitabhängige Brüche wie den Schwing- oder Kriechbruch unterschieden. Zu den zeitunabhängigen Brüchen zählen der spröde Gewaltbruch, bei dem das Bauteil ohne vorherige plastische Verformung bricht, und der duktile Gewaltbruch, bei dem der Werkstoff deutlich plastisch verformt, bevor er endgültig versagt. Unter einem zeitabhängigen Bruch kannst du dir ein allmähliches Bauteilversagen vorstellen. Ein zunächst gebildeter Riss breitet sich langsam aus und führt schließlich zum Bruch. Zeitbrüche werden je nach Beanspruchungsart in Untergruppen kategorisiert. Bruch nach zyklischer Belastung, wie bei einem Kran. Dieser Bruch wird Schwingbruch genannt. Bruch nach Kriechbelastung oder Kriechbruch, das heißt unter Einwirkung von Temperatur. Dieser tritt zum Beispiel bei Turbinen auf. Bruch nach Korrosionseinwirkung, zum Beispiel ein gerosteter Puffer. Bruch nach Verschleiß, zum Beispiel eine Fahrradkette. Bei zeitabhängigen Brüchen kann der zuletzt gebrochene Teil der Bruchfläche immer einem Gewaltbruch, dem sogenannten Restgewaltbruch, zugeordnet werden. Zusammenfassung. Als Folge von Beanspruchungen eines Werkstoffes oder Bauteils können Brüche auftreten. Mögliche Versagensursachen sind große plastische Verformung, Rissbildung, Korrosion, Verschleiß oder eine Kombination davon. Es wird in zeitunabhängige Brüche, wie den duktilen und den spröden Gewaltbruch, sowie zeitabhängige Brüche unterschieden. Zu den zeitabhängigen Brüchen zählen der Bruch nach zyklischer Belastung, der Bruch nach Kriechbelastung, der Bruch nach Korrosionseinwirkung und der Bruch nach Verschleiß.